Was ist die ProSixXL? ProSixXL wurde 2004 in München gegründet. Es war schlichtweg unmöglich, zu einem guten Preis großformatige Bilder ausgedruckt zu bekommen. Ein paar wenige Leute haben sich zusammengetan, mit ein paar Maschinen gekauft, eine Website programmiert und man hat dann versucht, dem Kunden dieses Produkt zu einem guten Preis verfügbar zu machen. Wir bieten alle Produkte an, die sich in irgendeiner Weise mit Kundenbildern individualisieren lassen. Das sind vor allem Fotobücher, auch Fotogeschenke, aber auch weiterhin großformatige Bilder. Die Herausforderung beim Online-Verkauf sehe ich darin, mit den Ansprüchen und der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Von der Idee bis zum Konzept und bis zum Rollout vergeht bei ProSixXL nicht viel Zeit. Einfachheit ist ein wichtiger Teil in unserer Marken-DNA. Die Art und Weise, wie Kunden bei uns letztendlich ihre Bestellung tätigen, muss für uns einfach sein. Amazon ist auf dem deutschen Markt sehr präsent, als Marke bekannt und genießt Vertrauen. Dieses Vertrauen ist insbesondere im Payment wichtig. Amazon hilft uns, indem wir darüber Kunden bekommen, die eine große E-Commerce-Affinität haben. Wenn man sich den Prozess anschaut, sind es quasi zwei Klicks. Der Kunde lockt sich ein, hat seine Daten schon vorgehalten, die er von seinen Amazon-Bestellungen kennt. Und mit einem weiteren Klick ist das Thema durch. So stellen wir uns einen Checkout vor. Deswegen Amazon. Besonders auffällig bei Amazon ist die hohe Completion Rate, die wir hier haben, mit 87%. Das ist aus unserer Sicht Outstanding. Ein zweiter wichtiger Punkt ist der durchschnittliche Bestellwert. Der liegt bei Amazon um 10% höher als bei vergleichbaren Zahler. Händler sollten Amazon integrieren, weil Amazon als Marke mit sehr viel Vertrauen belegt ist. Und Vertrauen im E-Commerce ist immer gut. Wir setzen Amazon auch außerhalb des deutschsprachigen Marktes ein. Ganz aktuell frisch gelauncht in Frankreich und erhoffen uns eigentlich hier die gleichen Effekte wie auch in Deutschland. Dank Amazon können unsere Kunden noch einfacher einkaufen und wir noch einfacher verkaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.